Ja, Monsen, da bin ich auch schon wieder. Ja, wir machen mal direkt mit dem nächsten Teil weiter und sowas, ne? Warum auch nicht, weiß er, ne? Wie ich ja im ersten Teil versucht habe zu verdeutlichen, gibt es unter Umständen durchaus Probleme mit den sogenannten Sumerern. Einfach weil es starke Indizien dafür gibt, dass es sich dabei um ein erfundenes Volk handelt oder handeln könnte, das quasi niemals existierte. Also der Name Sumerer, also natürlich hat irgendjemand die jeweiligen Figuren oder sowas gemacht, die heute als sumerisch betitelt werden, aber das Volk Sumerer als solches ist halt eben erfunden oder es scheint so. Das krasse übergeordnete Problem ergibt sich daraus dann zwangsläufig. Letztlich geht es ja nicht nur darum, ob man hier lediglich kaldeisch bezeichnete Artefakte einfach zu sumerischen umdeklarierte, sondern damit verbunden ist unweigerlich auch die Frage nach der gesamten Chronologie des Altertums, auch der Ägypter und darauf aufbauend auch die europäische und so weiter. Nur mal so nebenbei, Beispiel China zum Beispiel, auch die chinesische Chronologie geht ja inzwischen sehr weit zurück, aber nicht, weil das alles so erwiesenermaßen bestätigt wäre, sondern weil es da, ich glaube 1995, eine Sitzung der chinesischen Regierung zugab. Und seitdem hat man, man hat quasi die chinesische Historie auch so weit nach hinten geschoben. Also das Spannende für mich dabei ist einfach zu erkennen, dass man diese offenbar falsche Chronologie nicht, wie ich bisher vermutet, mehr strecken, also verlängern müsste, sondern dass sie scheinbar tatsächlich verkürzt gehört, also zumindest an einigen Stellen. Über die Bibelgläubigkeit wurden diese alten Zivilisationen enorme Altersangaben zugeschrieben, die nun mit den Sumerern quasi ihren Anfang nahmen. Durch die Verbindung der ebenfalls oft französisch dominierten Ägyptologie entfaltete sich so ein beeindruckendes chronologisches Gebilde der antiken Geschichte. Auffällig ist aber, dass es ganze Epochen gibt, die oft genug über hunderte oder tausende von Jahren gehen, für die es eigentlich keine Belege gibt, außer Behauptungen und Ausschmückungen von eigenen Geschichten. Ein geschichtlicher Mythos quasi. Man sollte im Umkehrschluss jedoch nicht blind auf antike Historiker oder so glauben oder sich auf die einfach verlassen, da auch diese von Glaubenssätzen geprägt sein werden oder geprägt sind, so wie letztlich jeder Mensch zu dieser Zeit und auch heute noch. Im ersten Teil habe ich ja schon einen kleinen Überblick über die Namensherkunft, also die Herleitung des Namens Sumerer oder Sumer gegeben. Da knüpfen wir nun auch einmal an und versuchen uns das einmal etwas genauer anzugucken. Ich erwähne an der Stelle nochmal, dass dieses Thema mehrere Videos umfassen wird, nicht weil ich es toll finde mehrere Teile zu machen, sondern weil es einfach so umfangreich ist. Aber auch in diesem Fall ist es so, wie in jedem anderen auch, eine neue Information oder eine neue Erkenntnis reicht aus und die zuvor getroffenen Annahmen können zur Gänze hinfällig sein. Also eine neue Info reicht aus, um unter Umständen auch all das hier Gesagte quasi hinfällig werden zu lassen. Oder andersherum, es bestätigt sich dadurch, weil sich dadurch durch die neuen Informationen quasi diese Videos bestätigen oder ähnliches. Also machen wir also einen kleinen Exkurs. Eines der bekanntesten Lehrbücher, welche Studenten gerne lesen, ist das schon im ersten Teil kurz erwähnte The Sumerian Problem aus dem Jahr 1969 von Thomas B. Jones. Das Buch ist in mehreren Phasen geteilt und die erste Phase wird mit Sprachwissenschaft betitelt. In diesem Kapitel oder in dieser Phase geht es vor allem darum, wie die früheren Orientalisten über die Hypothese stritten, dass es eine nicht-semitische Sprache geben müsse, die man nur noch nicht entdeckt habe. Ich will hier nur betonen, dass dies schon vor der Erkenntnisse der archäologischen Schichten stattfand, also bevor man überhaupt gebuddelt hat. Schließlich einigen sie sich darauf, nicht zuletzt auch wegen Jules Oppert, dass ein sumerisches Volk für diese vermeintlich nicht-semitischen Textfunde verantwortlich waren. In dem Kapitel kann man unter anderem lesen, dass Jules Oppert selbst zunächst vorgeschlagen hatte, diese vermeintlich neue Sprache anders zu nennen. Er hat zwar den Begriff Sumer aus der Bibel und von der Stadt China abgeleitet und auch die Existenzzeit letztlich über dieses Buch bestimmt, aber Oppert wollte sie zunächst tatsächlich Kastosgütisch nennen. Diesen Namen leitet er von dem hebräischen Wort für Kastem, was ja, hier den ersten Teil des Videos so, Kaldäer bedeutet. Und entweder das Land der Kaldäer oder eben auch sie selbst bezeichnete. Ein anderer Vorschlag war zum Beispiel Proto-Kaldäer oder auch Hamitisch, also für diese Sprache, die letztlich heute Sumerisch heißt. Wie kam man aber drauf? Es gab ja schon Keilschrifttexte, die allerdings den Kaldäern zugeschrieben wurden und kaum einer lesen konnte. Nun fand man aber einige Stücke, auf denen eine Keilschrift zu sehen war, die sich etwas von den anderen zu unterschieden schienen. Daraufhin wurde spekuliert, ob es sich dabei um eine nicht-semitische Sprache handelt, was eine Sensation wäre, da diese neue Keilschrift hier und da den Anschein machte, dass sie älter oder primitiver war, musste sie, so die durchaus legitime Annahme, älter sein. Wogemerkt stammten die Fundstücke, die diese Vermutung auslösten, wie es Kramer ja sagte, siehe mein erstes Video dazu, allesamt aus archäologischen Städten, die unbestritten maximal ins erste vorchristliche Jahrtausend datiert gehörten. Also in diesen archäologischen Städten aus dem ersten Jahrtausend vor Christus fanden sich Keilschrifttexte einer nicht-semitischen Sprache, die noch einmal gut 1500 Jahre älter waren. Sie waren also quasi alle vermischt. Nun hatte man also einen Konsensus gefunden, auch wenn den nicht jeder für gegeben hielt, und konnte man sich weiter eben auf seine Arbeit konzentrieren. Heute gibt es übrigens sogar quasi eine Konsensus oder Konsensus Schriftarten oder verschiedene Schriftarten für diese Keilschrift. Den letztendlichen Namen Suma leitete Oppa dann ja aber, wie schon erwähnt, aus der Bibel ab. Auch die Datierung musste daran erfolgen, denn 1. Moses wurde schon damals zu der Zeit um 1400 bis 1200 vor Christus verortet, plus minus. Hier sei die Spekulation erwähnt, dass Moses und Ramses II. oder Echnaton identisch gewesen sein sollen. 2. Abraham, der als Stammvater des Judentums, des Christentums und des Islam zählt, soll rund 600 Jahre vor Moses gelebt haben, plus minus. Der Gedanke dahinter war nun offenbar, wenn wir eine vermeintlich ältere Keilschrift haben, die nicht aus dem ersten Jahrtausend vor Christus stammt, sie aber schon Ähnlichkeiten zu den bereits bekannten chaldeischen Texten aufweist, dann könnten sie doch aus der Zeit Abraham stammen. Warum? Weil in der Bibel als Heimat des Geschlechtes von Abraham Ur in Chaldea angegeben wird. Das dürfte schon damals zu Problemen geführt haben, da die bis dato gefundenen chaldeischen Keilschrifttexte nicht älter als das erste Jahrtausend vor Christus waren. Es gab aber die biblische Erwähnung der Chaldea in der Verbindung mit Abraham, der aber mindestens ja 600 Jahre vor Moses gelebt haben soll. Damit wären wir bei locker 2000 vor Christus. Alles plus minus, da es immer wieder zu Anpassungen, Korrekturen usw. usf. gekommen ist und nicht zuletzt auch diese vorherigen Datierungen meist schon auf fragwürdigen Grundlagen beruhen. Zudem ist die Vorstellung, dass der Anfang der Bibel, auch der Anfang der in diesem Buch beschriebenen Zeitrechnung ist, gar nicht so eindeutig. Es wird zwar so angenommen und kommuniziert, aber zum Beispiel auch der Koran ist nicht chronologisch aufgebaut. Auch wenn die ein oder andere Geschichte in der Bibel aufeinander aufbaut usw., so muss doch nicht zwingend der gesamte Inhalt chronologisch geordnet sein. Als sich Jules Oppert dann für Zuma entschied, worauf man sich dann auch einigte, bezog er sich eben auf das Land China. Er schreibt, dass er dies freudig deshalb tue, weil die übrigens bis heute stark umstrittene Identifizierung von Eri Aku mit Aroich gelungen sei und die Texte deshalb in die Zeit Abrahams gehörten. Zuma bedeutet also China. Auf die ersten beiden gehe ich jetzt nicht ein, sonst wird das hier alles zu lange. Hier kann man aber schon einmal erwähnen, dass Oppert und Co. nicht erwähnen, wie Zuma denn in Kai-Schrift heißt. Also das schon im ersten Video erwähnte Kal-Am. Kaum einer erwähnt dies in seinen Texten über die Somera. Nach die Gallik hör dir trepsen. Kal-Am, Kal-Du, Kal-De. Gucken wir uns aber einmal die Kai-Schrift etwas genauer an. Ich mache jetzt keinen Lehrgang oder sowas, auch weil ich selbst da bestimmt tierisch versagen würde, sondern ich zeige es nur einmal anhand eines Zeichens oder Symbols. Wir gucken uns das Wort Lugal einmal an. Lugal oder auch in anderer Schreibweise Sar oder Schar ausgesprochen, Saru, Sarrum oder Scharum dann eben, Scharruum oder Sarruum bedeutet König oder Herrscher. Also Lugal bedeutet König oder Herrscher. Auch in Verbindung übrigens mit einem Gott. Hier könnte man auch erwähnen, dass schon ein Fehler beim Abschreiben der Kai-Schrift zu unterschiedlichen Deutungen führen kann und auch schon gefühlt hat. Vergisst man einen Strich hier und da und macht einen zu viel, so kann dies zu Fehlinterpretationen führen. Diese Statue hier soll Lugal-Dalu abbilden, der um ca. 2500 vor Christus gelebt haben soll. Lugal-Dalu war ein Herrscher oder Stadtherr oder Bürgermeister der sumerischen Stadt Adab oder auch Udab. Identifiziert hat man ihn anhand der Inschrift auf der Schulter. Dort soll man lesen können, im Tempel Esar oder Esar, Herrscher Dalu oder König Dalu, König von Adab oder eben Herrscher von Adab, je nachdem wie man das nun genau haben möchte. Zur Entzifferung wurde die Inschrift also um 90 Grad nach links gedreht und dann von oben nach unten und von rechts nach links gelesen. Um es hier schon einmal vorwegzunehmen oder festzuhalten, die Gelehrten tun genau das mit der Inschrift, mit dieser alten Inschrift, was im Rahmen der Entwicklung dieser Schrift erst deutlich später, also einige Zeit später, passiert sein soll. Sie kippen es also. Zuvor hatte man generell eben von oben nach unten geschrieben. Im Laufe der Entwicklung kippten die Sumerer dann die Zeichen um 90 Grad nach links, wahrscheinlich um die Lesbarkeit zu verbessern. So wird es suggeriert. Hier ist übrigens auch schon das erste Beispiel für die unterschiedliche Lesart zu sehen. Einmal wird Lugal Dalu gelesen und einmal Lugal Dat Du. Die letzten Zeichen auf der Schulter werden sogar einmal als Lugal Adab Ki gelesen und einmal als Lugal Ut Nun Ki. Hier erklärt sich sicherlich dann auch irgendwie der Umstand, dass die Stadt heute einmal Adab und einmal Udab genannt wird. Aber nun gut. Gucken wir uns aber einmal das Wort Lugal an. Es wird auf der Statue als, ich sag mal, Fisch dargestellt, der vorne solche Borsten hat. So kann man es auch auf entsprechenden Übersetzungstafeln entnehmen. Demnach war das Zeichen oder Symbol für Lugal erst so ein, ich sag mal, jetzt stehender Borstenfisch. Dieser wurde dann um 90 Grad nach links gekippt und dann hat er sich eben ein bisschen verändert, quasi weiterentwickelt sozusagen. Wir betrachten jetzt einmal das Symbol als solches. Einmal hat dieser Borstenfisch acht Gräten und einmal hat er zehn Gräten auf der Schulter. Einmal hat er einen Strich zwischen den Kopf und Borsten und einmal scheinbar nicht. Frage hier, spielt das eine Rolle? Und wieso werden für die neuen Versionen dann mal nur drei und mal vier Striche verwendet? Bei dem Wort Lugal soll zudem das Gall die Betonung für groß, also es bedeutet großer Mann im Sinne von mächtig und so weiter, also eben ein Herrscher oder König. Also dieses Gall wird durch die Borsten dargestellt, die einfach vorne an das Symbol für Mann oder Mensch gesetzt werden. Wichtig zu beachten ist, dass es eben dieser vierstrichige Kamm ist, der in der Mitte diesen einen Strich hat, der ihn letztlich auch mit dem Lu, also mit dem Mann und dem Menschen verbindet. Die Frage, die hier schon aufkommen wären, erstens, macht die Anzahl der Striche einen Unterschied für die Bedeutung? Wenn nicht, warum nicht? Zweitens, welchen Einfluss haben diese kleinen Ungenauigkeiten dabei? Also mal ist ein Strich zwischen den Borsten und Kopf und mal nicht. Drittens, wenn ein Strich fehlt, wie zum Beispiel beim Kopf, hat das einen Einfluss auf die Lesart? Viertens, wieso werden überhaupt unterschiedliche Strichanzahlen aufgezeichnet? Fünftens, wieso liest man dieselben Symbole oder Zeichen plötzlich anders? Also das ist ja eine andere, das ist ja dasselbe Symbol, was quasi umgeschrieben wird. Und vieles mehr. Der Gouverneur von Lagasch, der so um 2220 vor Christus gelebt haben soll, wird Lugal-Ush-Ungal genannt. Dazu wird diese Übersetzung hier gezeigt. Auch hier wieder sofort die Frage, erstens, wieso steht dieses Zeichen, dieses Symbol, nun wieder senkrecht? Ich dachte, dass diese Art der Darstellung seit locker 600 Jahren nicht mehr im Gebrauch ist. Zweitens, wieso hat das Wort Lu hier fünf Striche, während es meist nur mit drei oder vier dargestellt wird, also in der modernen Schreibweisenform? Oder eben auch auf diesem Siegeldruck hier von diesem Lugal-Ush-Ungal. Also was sieht man denn dort? Also vorweg, lesen soll man dort Folgendes können. Naram-Sin, der mächtige Gott von Agade, König der vier Ecken der Welt, Lugal-Ush-Ungal, der Schreiber, Ensi von Lagasch, ist dein Diener. Klingt auf jeden Fall heroisch und mächtig. Also was können wir dort aber sehen? Einmal ein rund 600 Jahre altes Zeichen und Symbol und einmal das quasi Aktuelle. Hier wird einmal der Borstenfisch dargestellt und einmal die moderne Form. Auf einen und demselben Siegelabdruck. Zudem hat der Fisch hier zweimal nur acht Geräten oder Striche im Körper, bei dem anderen waren es einmal ja acht und einmal zehn. Hat aber ja scheinbar eh keine Bedeutung. Auch das moderne Symbol oder Zeichen für Lugal im Inneren, hier fünf Striche, ist interessant. Denn auf der anderen Darstellung waren es ebenfalls fünf. Also hier achtet eventuell jemand schon mal auf die Anzahl der Striche. Die Frage ist halt wer. Die moderne Übersetzung oder nach einem Konsensus quasi macht daraus jedenfalls aktuell drei Striche beziehungsweise eigentlich ist es ja auch irgendwie egal. Auch die hier ganz offensichtlich senkrechte Darstellung wirft die Frage auf, ob es nicht einfach eine senkrechte und eine waagerechte Schreibweise gab. Ob ich Smileys nun, also ob ich so ein Smiley jetzt nun übereinander oder nebeneinander ballere, ist ja nun mal auch fast egal über so eine Smiley-Nachricht. Wird also dieser Zylinder hier zum Beispiel liegend oder stehend gelesen? Und welche Rolle spielt das eventuell für die Übersetzung? Im Museum liegt dieser Zylinder auf jeden Fall, weil er auch so offiziell gelesen wird. Ich hoffe, es wurde verständlich, was genau ich meine und worauf ich damit hinaus wollte. Es macht auf mich wirklich bis jetzt den Eindruck, dass man diese hier jetzt beispielhaft gezeigten Zeichen und Symbole zusammenstauchen müsste. Diese drei Epochen gehören demnach viel eher zusammen und entsprechen nicht der angegebenen Zeitspanne, sondern sind deutlich kürzer anzusetzen. Ich würde da aktuell die schon oft erwähnten rund 1000 vor Christus quasi zur Diskussion zulassen wollen. Die anderen beiden Epochen gehören ebenfalls zusammen und waren sicherlich auch nicht über eine solche lange Zeitspanne im Gebrauch. Senkrecht oder waagerecht, in beiden Fällen kommt sowohl das eine als auch das andere vor. Die unerklärliche Lücke, die es in der Antike ja gibt und die gut 1500 Jahre umfasst und sich dabei auf Mathematik, Astronomie usw. usf. bezieht, wäre somit auch weg. Stattdessen gäbe es eine relativ zügige Entwicklung von der alten zur modernen Form der Keilschrift, vielleicht in dem Zeitverhältnis von dem alten mittelalterlichen Deutsch zu unserem heutigen oder ähnliches. Im Gegenzug ergibt sich daraus das Problem, dass unsere historische Chronologie zu lang zu sein scheint. Dazu gibt es viel zu erwähnen, das ich hier und da in einem Video ja auch schon mal angesprochen oder erwähnt habe. Also das Ganze zieht einen nicht unerheblichen Rattenschwanz hinter sich her, der prinzipiell nicht weniger als quasi jedes naturwissenschaftliche Lehrbuch auf den Kopf stellen könnte. So, also wie gesagt, da werden auch noch mehr Folgen kommen und so weiter. Ich mache hier jetzt erstmal wieder einen Break. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen und ihr wisst Bescheid. Ich hoffe, ich werde euch damit ein bisschen helfen.